So, ich habe meinen kleinen Miniküken mal Ei reingetan ins Futter, ja, die Eier sind sehr gesund. Auf diese Art paniere ich meine Küken, wie man an den kleinen Füßchen sieht, die Rasen durchs Ei und anschließend durch das gemeine Futter, ich könnte mich wegschmeißen. Ihr habt ja auch, jetzt zeigt mal hier eure Füße, jetzt zeigt mal hier, nein, ja, der hat ganz viel geklebt, das ist lecker, ne, das ist lecker, ne, ja, das macht euch groß und stark, ne, ja, ja, du hast aber auch viel, ja, Das kann ich mir sehen, bitte. Zeigt ihr eure Füße, Mama, geh mal weg da. Oh, du hast sogar Eigelb jetzt in Küpfchen. Und Seitengefieder auch. Was süß. Ey Leute, bleibt doch hier. Ja, an der Fußmatte jetzt die Füßchen sauber machen, ne, kluge Hünis. Und die üblichen Verdächtigen, ne, Pat und Pataschen müssen überall dabei sein, ne, hier sitzen. Was ist los, Schnauzzi? Was ist los, ihr braucht nicht wieder ins Haus, das Wetter ist schön. Ja. Ja, und wieder in die Panade. Fein, ja. Ah, noch schnell ein Leckerchen auf dem Weg, ne, bevor die Mama wieder Tuck-Tuck macht und ihr müsst weiter, ne, keine Zeit, ne. Ach, die ersten, guck, na, die ersten richtigen Federn kommen am Flügelchen. Warte, warte, warte. Ne, warten nicht, ne. Ja, Schnauzzi, sind sie wieder nicht in deinen Schnabel gelaufen. So ein Mist aber auch, ne, Kalli, die lassen sich einfach nicht so leicht verführen, gefressen zu werden. Schnauzzi, das ist für die Küken. Ja, das ist für die Küken. Nein, 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 ihr kriegt naja jetzt selber eins, ne. Nein, Schnauzzi. So, ist fein. Ihr kriegt jetzt, ach wisst ihr was, ihr kriegt sofort, ne, braucht ja nicht heute Abend über das Futter, ihr kriegt sofort ein lecker Eichen. Oh, ich hab so viele, ich weiß eh nicht, wohin damit, ne, ja, fein. Ja, ja, da kommst du wieder, ne. Heiß Deli, ich schmeiß gleich wieder, ja, 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 ich bin ja schon so weit.